Das ist schwer zu sagen. Es gibt sicher viele Gründe. In England sagt man immer, dass es immer nur ein Team ist, das zu gut geht. Man versteht vielleicht zu spät, dass wir Probleme haben. Man macht nur weiter die gleiche Sache. Wenn man dann plötzlich sieht, dass es schlecht geht, dann übertreibt man vielleicht den anderen Weg. Dann kann es ja sein, dass ein paar Spieler, die Weltmeister sind, sind zurückgekommen und haben geglaubt, dass es von sich selbst geht. Bei Bayern weiß man ja, gratuliere, jetzt werden wir Champions League gewinnen müssen.